Muss Arbeit Spaß machen? Blöde Frage, natürlich soll Arbeit Spaß machen, aber die Realität sieht leider oft anders aus. Viele beschreiben ihre berufliche Tätigkeit als öde, monoton oder langweilig. Dabei sehnen sich die meisten von uns nach einer Arbeit, die uns erfüllt, in der man komplett aufgeht. Aber wie findet man seine persönliche Berufung? Einige haben das Glück gar nicht erst suchen zu müssen. Sie sind einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mein Name ist Markus Netzer, ich leite die Küche von der Drogentherapieeinrichtung hier in der Nähe von Salon. Also ich komme aus dem Allgäu, aus Wangen und da hat mein Daddy damals gemeint, du lernst jetzt erstmal was. Du kochst doch ganz gerne, dann habe ich gesagt, ich, so ein bisschen erstaunt. Und dann, aber okay, das kann man ja mal probieren. Und dann habe ich die Ausbildung zum Koch angefangen. Dann hat ein Freund von mir, Dennis, der hat ein Restaurant eröffnet und er hat mich dann quasi vermittelt zu Pomm Duck and Circumstance, ein Restauranttheater. Das war dann meine erste Stelle, wo ich weg vom Allgäu war, in Hamburg, genau. War stressig, war viel, war unheimlich viel mehr Druck. Aber ich habe genau dann gemerkt, das ist genau mein Ding. Guten Morgen erstmal, hi, servus. Was machen wir denn heute Schönes? Mich macht zur Nachspeise das Schokoladeneis. Mich macht das Schokoladeneis, okay. Machen wir nachher zusammen. Gefüllte Sorinia mit Frisch- und Frischkäsefüllung mit getrocknen Tomaten. Du hilfst dabei und okay, und du kümmerst dich ums Abendessen und Frühstück. Das ist sehr schön. Nach Hamburg ging es nach Düsseldorf weiter und von Düsseldorf aus dann ziemlich bald wieder nach Hamburg ins Fischereihafenrestaurant. Und von da aus hat mich dann der Küchenschiff, mit dem ich bei Pomm Duck in Hamburg angefangen habe, der hat mich angerufen, ob ich Lust hätte auf Andalusien. Und dann haben wir uns in Spanien dann zusammen gesehen und haben dann in einem Hotel ein kleines Restaurant zusammengeführt. Ich wollte die ganzen Länder einfach aussehen, aber dann habe ich irgendwann gesagt, ich will auch gar nicht mehr aus dem Kulturbeutel leben müssen, sondern ich will einfach wissen, wo morgens die Zahnbürste steht. Und habe das Ganze dann in London, wo ich im Hilton gearbeitet habe, dann abgebrochen und bin dann nach Hause geflogen. Ein Freund von mir hat zu der Zeit einen Kuhstall umgebaut zu einem Restaurant und da habe ich dann angefangen in der Küche. Und dann kam bei mir ein Nachwuchs, ist mein Sohn zur Welt gekommen und das habe ich dann noch ein paar Monate gemacht. Und habe mir dann irgendwann gedacht, ich kann ihm eigentlich nur abends noch beim Schlafen zugucken, weil ich irgendwie bis nachts unterwegs war. Und dann haben wir ziemlich bald mal beschlossen, dass ich nicht nur eine Verwirrung brauche, sondern auch andere Arbeitszeiten eigentlich ganz klar vordergründig sind. Okay, und nicht so verkrampft, dann machst du nicht lange. Machst ganz locker und schlagst immer hier hin. Aber immer locker machen. Und immer dabei bleiben, gell? Die Arbeitszeiten in der Gastronomie sind natürlich nicht gerade familienfreundlich oder dass du den Freundeskreis pflegen kannst oder einen Verein pflegen kannst. Du hast entweder morgens bis mittags und nachmittags bis abends Teildienst oder wie wir damals in unserem Stadel haben wir mittags angefangen und dann halt bis abends oder bis nachts. Der Tag ist für die Gastronomie und auch nach dem Arbeiten bist du ja dann nicht um elf im Bett, sondern dann beginnt ja eigentlich dein Feierabend. Und dann verschiebt sich der Tag natürlich schon extrem. Und da muss dir dann irgendwann mal was passieren, weil wenn du eben gerade mit Nachwuchs was mitkriegen willst von dem Ganzen, dann ist das natürlich komplett an dem Tag vorbeigelegt. Ich habe mir dann irgendwann auch gedacht, warum mache ich das Ganze eigentlich? Warum? Für was? Ich habe mir dann irgendwann auch gedacht, warum mache ich das Ganze eigentlich? Warum? Für was? Und dann kam eine Analyse auf mich zugeflattert. Da stand, dass eine Fachklinik sieben Zwerge einen Koch sucht, der sich auch vorstellen könnte, kleine Kochkurse zu geben. Und da dachte ich mir eigentlich, ja genau, das ist es eigentlich. Wo ich Zivi gemacht habe, hat es mir das soziale Tun und Wirken schon auch ein bisschen angetan, muss ich sagen. Und von dem her dachte ich mir gleich so, wenn du das mal irgendwie integrieren könntest, das wäre es. Dann habe ich hier eine Probewoche gemacht, gekocht mit den Jungs, die hier Therapie machen. Und nach der Woche habe ich gesagt, zu denen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, ich sollte hier sein. Und das Gleiche haben die mir zurückgesagt. Und gesucht und gefunden trifft dann schon irgendwie zu. Es sind Leute zwischen 18 und 40 hier, die hier eine Drogentherapie machen. Die Drogentherapie bezieht sich auf illegale Drogen. Das heißt, die kommen hierher, sind schon auf einer Entgiftung gewesen und machen hier quasi eine Langzeittherapie. Und irgendwann ist der Arbeitsbereich, in dem sie dann auch mal rein schlubbern können, ist die Küche bei mir. Bei mir in der Küche sind wir da mit vier bis sechs Leuten. Am Arbeiten kochen wir jeden Tag für bis zu 70, manchmal mehr Leute. Und die denken natürlich am Anfang erst mal wieder, ich muss bis 70, 80 Leute kochen, das geht schon mal gar nicht. Das ist mir ganz wichtig, dass jemand am Anfang dabei ist, wo es sagt, wir machen das jetzt so und so und dann kriegen wir das hin. Und sie dann überzugeben, dass sie dann sagen können, ich kann das selber machen. Ich habe keine Barrieren mehr zu sagen, da kommen jetzt gleich ein paar Leute, die sind darauf abhängig, dass ich jetzt gleich was abliefer, was den Leuten hier am Anfang ganz viel Druck macht. Und nach ein paar Tagen sagen sie, ich kann das eigentlich, das ist eigentlich kein Problem. Ich kann Druck handeln. Das war viel, aber ich habe es angenommen und kann es handeln. Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn die natürlich in die Küche kommen, sage ich erst mal, alles Private bleibt privat und außerhalb von der Küche. Es geht hier um die Tagesstruktur. Ich will mit euch kochen, ich will euch kochen beibringen. Es geht darum, dass sich andere Leute verlassen, dass wir heute hier einen guten Job machen und mittags ein Essen haben. Aber klar bleibt es nicht aus, über die Wochen und Monate, dass nicht der eine oder andere mal neben einem steht beim Schneiden oder so, nur ein bisschen was Privates erzählt. Und das ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Ich bin nicht hier, natürlich geht es gar nicht, dass ich nach dem Thema Koch abbreche hier. Das ist der Ort, an dem wir sind. Das ist die Sozialtherapie, das ist die Drogensucht. Das sind teilweise Einzelschicksale, wenn ich sie so nennen darf, sollte. Und die kriegst du natürlich mit und musst versuchen, mit denen umzugehen. Gerade in der Drogensucht, wenn sich jemand auch in Zukunft bewusst ernährt, wird es ihnen sehr viel dabei helfen, ein stabiles, cleanes Leben zu führen. Weil das, was Leute anfangen, wieder an sich selber nicht wert zu sein, sich selber zuzuführen, eventuell mit Fast Food etc., das werden sie dann eventuell auch in anderen Lebenssituationen eventuell nachlassen. Das heißt, eine gute Ernährung, das selber kochen zu können, kann ihnen helfen. Von dem her ist die Küche als Medium einfach schön. Wenn ich jetzt Leute, wo jetzt gerade erst fertig sind mit der Therapie, die zu mir sagen, hey, wenn ich meinen Kühlschrank aufmache, muss ich immer an dich denken. Das finde ich natürlich auch schon witzig. Und wenn sie beim Einkaufen stehen und sind dabei, um ein Fertiggericht zu kaufen, dann haben sie immer einen Markus auf den Schultern sitzen und sagen, nein, tu es nicht. Aber auch in der täglichen Arbeit, da sind Leute dabei, denen zeige ich, wie man ein Apfel viertelt und das Kerngehäuse rausschneidet. Und vier Stunden später hat er zum ersten Mal selber sein eigenes Eis gemacht. Und das Grinsen bei denen, das ist schon cool. Was ich schätze hier ungeheim, ist, dass wir total ehrlich kochen. Es ist, ich will es mal bodenständig nennen, aber es ist unglaublich ehrlich, was die Gastronomie nicht immer ist. Es ist unheimlich bunt hier. Die Leute sind unheimlich fordernd, natürlich klar. Aber das schätze ich auch, weil es auch total im Tag hält einfach. Bei uns gibt es kein, ich gucke mittags auf die Uhr und denke, wie lange bist du denn jetzt noch hier? Sondern irgendwann ist dann 16 irgendwas Uhr und die Leute sind dann langsam im Gehen. Ich denke mir schon, boah, wie schnell ist das Wetter vergangen? Wenn immer viel passiert und das schätze ich an dem Ort schon. Es spricht der knorrige Eichbaum, der Diener des Eisernen Mars. O Mensch, Wurzel in Tiefen und Rage in Höhen. Sei kraftvoll und stark. Sei Kämpfer, Ritter und Schützer. Wenn ich darüber geredet habe, wo arbeitest du jetzt oder mit meiner Familie, dann habe ich immer wieder den Spruch gesagt, so viel anders ist das gar nicht. Ihr denkt immer Drogensucht und Therapie und es muss ja irgendwie alles voll extrem sein und so. Aber ich habe ja einfach Leute vorgefunden, die an dem Punkt waren, wo sie die Sache mal umdenken wollten und wir helfen ihnen dabei hier. Und von dem her war das von Anfang an irgendwie nicht so abgehackt. Ich bin jetzt in einer ganz anderen Welt, sondern wir hatten nur einen anderen Kontext. In the nighttime When the world is at its rest You will find me Cause I'll be come back soon And we Let our castles In the skies and in the sand As long as we are flying All this world ain't got no end Oh, this world ain't got no end Wenn ihr die Schichten sehen wollt, dann einfach links oben klicken. Oh, this world ain't got no end Oh, this world ain't got no end Oh, this world ain't got no end Oh, this world ain't got no end